Willkommen in der Bruderschaft von Zockstation und willkommen zu einem Infovideo! Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Da bin ich wieder mit einem Infovideo. Lang ist es her und viele Fragen sind aufgekommen. Ja, wo bleibt Far Cry? Wo ist das? Und warum kommt das nicht? Und hier und Cell. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Far Cry ist ein gutes Spiel, aber es hat mich gerade in letzter Zeit nicht so gepackt. Mir hat der Koop vom Dying Light halt sehr besser gefallen und deswegen kommt da gerade ein bisschen mehr einfach. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, warum. Das packt mich gerade nicht. Aber ich war dann auch noch wieder so ein bisschen krank. Meine Nase, ich habe da immer voll Probleme mit meiner Nase. Das ist so empfindliche Schleimhäute und dann habe ich immer so eine verschnupfte Nase. Und mit so einer verschnupften Nase will ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Das hört sich voll grausam an. Und ja, deswegen kam jetzt halt Far Cry nicht. Und Dying Light kam halt jetzt ein bisschen mehr. Aber keine Sorge, keine Sorge. Far Cry wird nicht abgebrochen. Far Cry 4 wird weitergeführt. Aber ich habe heute im Laden auch noch das gekauft. Und ja, das will ich natürlich auch zocken. Und natürlich werde ich euch auch daran teilhaben lassen, wenn ihr Bock habt. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Eigentlich habe ich gedacht, das Ding hat einen Koop. Ich war da mit Snoop im Laden und wollte eigentlich das Ding hier kaufen. Mit ihm zusammen. Und dann lese ich hier hinten. Kann man wahrscheinlich jetzt erst lesen. One Player. Das Ding geht nur alleine. Die haben den Koop-Modus einfach gestrichen. Solche Schweine. Solche Schweine. Obwohl sie ihn angepriesen haben. Ja, das war jetzt erstmal die Info dazu. Dass jetzt wahrscheinlich Far Cry und das hier kommt. Aber ich denke eher kommt als erstes das. Und dann, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, dann spiele ich wieder Far Cry. Auf jeden Fall. Der Order kommt morgen, denke ich mal. Ich mache jetzt gerade dieses Video. Und dann werde ich der Order mal ein bisschen antesten und zocken. Und dann wird es wahrscheinlich morgen kommen. Oder sogar noch heute Abend. Mal gucken. Schauen wir mal. Dann habe ich noch eine andere Info. Und zwar, wir hatten ja damals einen, ja, einen ältesten Live-Server. Und der ist ja dann leider vorbei. Aber ich habe da wieder sozusagen einen ältesten Live-Server. Der ist jetzt nicht von mir oder so. Der ist einfach ein Freund von mir. Der macht den und so. Und der hätte gerne Mitspieler. Und ich bin dann auch morgen ab 19 Uhr dort zugange. Wenn ihr mich treffen wollt, dann könnt ihr mich da auch treffen. Ich bin da auch Cop und so. Und das passt schon. Da können wir dann wieder mal gemeinsam Elsys Live spielen. Warum nicht? Und ihr findet auf jeden Fall die IP-Adresse unten in der Videobeschreibung. Und dann gibt es noch so eine Aktion, die bis zum 6.3. geht. Und zwar ist das so, wenn man 5 Freunde mitbringt, die 2 Wochen aktiv spielen und das vorweisen kann. Also das sieht er ja in der Einlog, ja, wenn man sich einloggt, dann sieht er das ja in der Einlog-Registry. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn man das dann halt vorweisen kann, dass man 5 Freunde mitgebracht hat, dann bekommt man einen Mohawk geschenkt. Ist das was? Mal schauen. Auf jeden Fall, schaut vorbei, ältes Live-Spieler unter euch, schaut vorbei. Ich bin auf jeden Fall morgen ab 19 Uhr, morgen ab 19 Uhr oder sogar 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall dort zu Gange. Und bin dann als Cop anzutreffen. Und vielleicht komme ich dann auch als CD rein und mache mit euch nochmal so ein Part, wie ich damals gemacht habe. Das war ganz lustig. Das war voll okay. Und meine Kamera stellt einfach unscharf. Was soll die Scheiße? Hallo? Okay, ich verschwinde jetzt wieder. Dieser Hoodie, der ist echt cool, Mann. Das ist Assassin's Creed, ne? Voll cool. Das ist mein Lieblingspulli. Der ist so ganz dünn und, naja, bequem einfach. Naja gut, auf jeden Fall habe ich jetzt alles gesagt. Habe ich jetzt alles gesagt? Habe ich jetzt alles gesagt? Ja, Dying Light wird die ganze Zeit weiterlaufen. Also, da werde ich nicht weiter drauf eingehen. Ich habe eine, ich habe dazu was geschrieben und mehr schreibe ich nicht dazu. Ich werde auch dazu keine Stellungnahme machen. Bei mir läuft Dying Light ganz normal weiter. Könnt ihr weiter gucken und weiter lachen mit mir, Masti und Snoop. Der Esel nennt sich immer zuerst, aber ja, passt schon. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, dass ihr auch wieder bei der Order mit dabei seid. Boah, ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt gleich reinzulegen. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Auf jeden Fall, in dem Sinne, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns im nächsten LP. Ich bin weg.